Das Armee-Oberkommando wurde in Österreich-Ungarn vom allerhöchsten Oberbefehlshaber, Franz Josef I., Kaiser von Österreich und König von Ungarn, damals 84 Jahre alt, am Tag der Allgemeinen Mobilmachung, dem 31. Juli 1914, in Hinblick auf den ausbrechenden Ersten Weltkrieg eingerichtet und bestand bis zum Zerfall der Doppelmonarchie im Herbst 1918. Das Saoka war in dieser Zeitbefehlszentrale für sämtliche im Einsatz befindlichen Land- und Seestreitkräfte der Doppelmonarchie. Armee-Oberkommandant Die formelle Leitung hatte bis 1916 der am 31. Juli 1914 vom Monarchen ernannte Erzherzog Friedrich von Österreich Teschen als Armee-Oberkommandant. Das Saoka war damals in Teschen, österreichisch Schlesien, stationiert. Am 2. Dezember 1916 übernahm der neue Kaiser und König Karl I. IV. Das Armee-Oberkommando selbst Erzherzog Friedrich blieb bis 11. Februar 1917 formal stellvertretender Armee-Oberkommandant und wurde dann enthoben. Am 7. Dezember 1916 fand ein Treffen der beiden verbündeten Monarchen Karl I. IV. und Wilhelm II. und ihrer Spitzen Militärs in Teschenstadt. Kurz danach wurde das Armee-Oberkommando im Auftrag des Kaisers in das im Eigentum von Friedrich stehende Schloss Weilburg in Baden bei Wien verlegt. Wo es Kaiser Karls Residenz Schloss Laxenburg sehr nahe war, der Monarch hatte die Absicht, das Kommando nicht nur nominell selbst zu führen. Im Herbst 1918 sahen sich die Vertreter des Königreichs Ungarn, da sie die Realunion mit Cis-Lithenien mit Zustimmung des Herrschers per 31. Oktober aufgekündigt hatten, vom 1. November an nicht mehr dem AOK unterstellt. Am 3. November 1918 übergab der Monarch das Amt des Armee-Oberkommandanten an Artura LZ und betraute am 4. November 1918 auf dessen Vorschlag Hermann Köwes damit. Der Monarch wollte damit offenbar vermeiden, den unausweichlichen Waffenstillstand von Viadžusty selbst vertreten zu müssen. Zu dieser Zeit war allerdings das Armee-Oberkommando praktisch schon bedeutungslos geworden. Die sogenannten ungarischen Truppen der bisherigen KUK-Armee unterstanden dem neuen ungarischen Kriegsminister, die nicht-ungarischen Truppen organisierten Rückzug bzw. Heimkehr je nach ihrem Heimatstandort individuell. Generalstabs-Chef Als unmittelbarer Untergebener des Armee-Oberkommandanten, de facto als tatsächlicher Macher des AOK, fungierte der Generalstabs-Chef. Von 1906 bis 1911 und von 1912 bis zum 1. März 1917 war dies Franz Konrad von Hötzendorf zunächst Feldmarschall-Leutnant. Am 23. November 1916 zum Feldmarschall-befördert Erzherzog Thronfolger Franz Ferdinand hatte Konrad 1906 für diese Spitzenposition empfohlen. Es war inoffiziell vereinbart worden, dass Armee-Oberkommandant Erzherzog Friedrich seinem Generalstab-Chef weitgehend freie Hand lassen würde. Vom 1. März 1917 bis 2. November 1918 fungierte von Karl I. IV. Er nannte Artura R. Z. als Generalstab-Chef, bevor er selbst für einen Tag Armee-Oberkommandant wurde. Er ist nicht so. Er war hier. Er war hier. Er war hier. Er war hier.